Das war der Tag, da man die Superpille fand. Doch Menschen schienen nicht empfänglich. Die Pille machte sie eher kränklich. Mit vielen Computern, mächtig und klug, suchte man einen, der sie vertug. Man brauchte tagelang, bis man ihn endlich fand. Tankwart Stanley Beamish war der Einzige im Land. Stanley, ein zarter und schwacher Gnom, die Pille machte ihn zum Phantom. Er konnte wie einen Adler fliegen und jeden Bösewicht besiegen. Kurzum, Stanley Beamish, sonst schlapp und lahm, wurde Mr. Fabelhaft, immer wenn er Pillen nahm. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020